Die Sendung wurde live untertitelt. Ich finde es ein ganz kleines bisschen bedrückend. Ich finde es ein bisschen bedrückend. Sie sollten bedenken, dass der historische Charakter diese... Insofern nicht so wichtig ist. Sie hat ganz recht. Es ist ein bisschen bedrückend. Ja. Darf ich bitten, meine Damen? Das ist das Altariszimmer. Und da ist der P. Bitte nehmen Platz. Ich kann jetzt noch nicht sitzen. Darf ich nicht zuerst auch noch die anderen Zimmer sehen? Oh ja, du darfst. Komm bitte. Sie sehen sehr müde aus, Mademoiselle. Restez, je vous priege. Nehmen Sie doch Platz. Das ist das Welfenzimmer. Ja. Der Heldensaal. Das ist das Musikfilm. Das ist die Empiano Forte. Verschlossen? Ja. Schade. Bitte. Ich bin... Musik Spiele das nicht, Sophie, bitte. Was ist denn? Ludwig? Sophie, du heißt nicht die Heifungen sollen, fühlst du das nicht? Fürst dich denn nicht, Sophie? Warum soll ich mich fürchten, wenn ich bei dir bin? Weißt du, das habe ich mir gewünscht, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Beim Begräbnis deines Vaters. Du gingst so einsam in der Prozession. Da hat ihn tausend und so allein. Schon damals habe ich gedacht, ich möchte dir helfen. Ludwig, schau mich doch an. Lass dir doch helfen. Du siehst mich ja wieder nicht. Doch. Sofie. 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 Sofie.